Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder Andrea und heute möchte ich dir eine super einfache Methode zeigen, wie du Kordeln stricken kannst. Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch diese Technik noch gar nicht kennen. Kordeln sind ja nicht nur dekorativ, sondern auch extrem vielseitig. Du kannst sie für Taschenriemen, Gürtel, Haarschmuck, Dekorationen oder sogar für Geschenksverpackungen verwenden. Hier habe ich eine eher runde Kordel, ganz rund ist sie nicht, aber fast. Und hier eine flache Kordel. Und du wirst es wahrscheinlich nicht glauben, aber das ist beides das gleiche Strickmuster. Der einzige Unterschied ist, dass ich hier vier Maschen angeschlagen habe und hier sechs. Diese zwei Kordeln habe ich mit einer ganz dicken Wolle und großen Stricknadeln gestrickt. Jetzt möchte ich dir noch eine dritte Probe zeigen, die ich mit einer dünneren Wolle gestrickt habe. Diese Kordel ist zarter und kleiner, perfekt für feine Projekte. Du kannst die gleiche Technik verwenden, aber das Ergebnis ist einfach ein bisschen feiner und eleganter. Und wie das alles geht, das zeige ich dir jetzt. Also schnapp dir deine Stricknadeln und etwas Wolle und stricke gleich mit mir mit. Beginnen wir mit der ersten Kordel, die ich mit vier Maschen stricke. Das Strickmuster ist ganz einfach. Ich schlage vier Maschen an. Eins, zwei, drei und vier. Die erste stricke ich rechts verschränkt ab. Also von rechts nach links einstechen. Die nächste Masche hebe ich einfach mit dem Garn nach vorne, also zu mir, ab. Und die letzte Masche hebe ich wieder einfach mit dem Garn, mit der Wolle nach vorne ab. Und das war es auch schon. Das ist das Strickmuster von der Kordel. Die Rückreihe geht nämlich genauso zu stricken. Die erste Masche rechts verschränkt. Die nächste Masche mit dem Faden nach vorne abheben. Und dann abheben. Und so fahre ich einfach fort. Und durch dieses Strickmuster bildet sich dann nach und nach eine schöne Kordel. Und wenn du gerade irgendeinen freien Finger hast, dann freue ich mich über deinen Daumen hoch. Denn so weiß dann nicht nur ich, dass dir mein Video gefällt, sondern auch YouTube. Und nun zeige ich dir noch schnell, wie du eine flache Kordel stricken kannst. Die Technik bleibt ähnlich und du musst nur eine kleine Anpassung vornehmen. Du schlägst anstelle von 4 Maschen gleich 6 oder 8 Maschen an. 1, 2, 3, du könntest auch 10 Maschen anschlagen. Das Wichtige ist, dass es eine gerade Maschenanzahl ist. 2, 4, 6, 7 und eine achte dann. Und auch hier beginne ich mit einer rechts verschränkten Masche. Und dann hebe ich immer eine Masche mit dem Garn nach vorne ab. Und stricke eine rechte Masche. Und genau das stricke ich so weiter bis zum Ende der Reihe. Und wieder abheben. Und wieder abheben. Und auch bei der breiteren Kordel sieht jede Reihe gleich aus. Du siehst, es geht ganz einfach zu stricken und zu merken. Man kann für diese Kordeln wunderbar die ganzen Garnreste aufbrauchen. Und wenn ich genügend Zeit habe, stricke ich sogar zu Weihnachten meine Kordeln zum Einbacken gerne selber. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du das Video gleich in den sozialen Medien teilst. Auf Facebook, WhatsApp oder gerne auch in deinem Blog. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es viele da draußen gibt, die diese Art Kordeln zu stricken noch gar nicht kennen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir alles, alles Liebe, deine Andrea. Vielen Dank.